Herzlich Willkommen zur siebten Folge ARK Survival Evolved mit den Akrobaten. Wieder dabei Losti. Hallo. Und Deadman. Hallihallo. Und natürlich ich, der Komo. Wir waren wieder fleißig, haben das Raptor Trio komplett gemacht und wollen jetzt ein wenig auf die Jagd gehen. Wohin gehen wir? Wir werden doch mal ins Tal gehen da unten. Ja, aber. Toll, warum seid ihr so schnell? Äh, wo hast du denn dein? Du bist zu schwer. Das ist eigentlich alles. Ja, ich hab da nix dabei. Mein Raptor war einfach schneller. Ach. Ja, muss jetzt nur eine... Sich entlernen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich bin hinter dir. Hinter dir. Hier sind wir. Hier. Hier. Die Dodo. Da war ein Dodo. Denk dran, immer schön auffressen. Die, die kleinen Wege. Ja, klar. Oh, Schilden. Oh, hier sind, äh, hier ist ein Schwein. Hier ist ein Schweik. Drei Schildkröten. Ich hab jetzt ein Fionier hier. Also das Schweik ist auch schon mal erledigt. Gut. Hab ich das... Ach, ich hab das Schwein gar nicht weggefressen. Und ich sag's grad noch. Ich hab das Schwein nicht weggefressen. Sau. Ja, geil. Ähm... Hier sind jetzt drei Schildkröten hinter mir her. Ist das ein gutes Zeichen? Ah, bestimmt. Du hast gleich... Alle guten Dinge sind drei. Ich komm schon, ich komm schon hier. Mögen die mich aber nicht mehr. Da ist jetzt die erste weg. Zweite weg. Und das ist die letzte. Hier vorne ist noch ein Dilo. Also Material sollten wir da genug kriegen heute, oder? Ja. Ist noch einer. Ich meine, hier war einer. Mein Schulterfreund muss ihn einschalten. Ja, ohne den geht's nicht. Der war auch schon wieder fleißig. Oh, Schulterfreund verloren. Wo soll es? Der, der schwebt hier. Der hat sich um den... Um den Dodo gekümmert. Jaja, okay, okay, okay. Okay. Wahnsinn, ne? Wir sind noch nicht mal ansatzweise in der Schlucht, aber... ...schon, um zu was im Inventar drin, oder? Ja. Lohnt sich. Seid ihr schon? Ich bin jetzt gerade an der Schlucht. Seid ihr schon? Ich seh euch. Attacke! Der nächste T-Rex ist meine. Hier ist ein... Hier ist ein... Hier ist ein... Hier ist ein... So ein... So ein... Aki, hier ist ein Parasaurus. Hier war ein Parasaurus. Noch einer davon. Noch einer. War noch einer, ja. Liegt schon einer. Ah, das Performance-Update hat's auch irgendwie... Hier ist eine Spinne, hier ist eine Spinne. Ich hab die aber, glaube ich, auch nicht gekriegt. Ja. Als Performance-Update hat's irgendwie... ...nur so halb gebracht. Zwar hab ich meist mehr FPS, aber... Zwischendurch auch mal kurze Legs. Hier ist wieder eine Schildkröte. Und hier, ich hab diese fliegenden Ameisen hier. Ja, die kriegst ja locker zerlegt. Zur Not hilft immer ein Stück wegrennen... ...und dann wieder zurück. Ja, ja. Dann kommen sie dir nämlich schön entgegen. Jaja, das war's. Wo, wo, wo hab ich euch denn schon wieder verloren hier? Ach, hier hinten ist Losty? Deadman! Hier ist eine Schildkröte. Hörst du? Wieso lebt die noch, Losty? Ja, ich weiß nicht, Schildkröte. Alles, alles, alles tot. Alles tot. Nein, ich, 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 ich mag Schildkröten. Oh, ich muss mal eben hier... Stamina-Suche. Nein, nein, nein. Stamina-Regel? Echt mag ich auch Schildkröten, aber es ist hier... Nein, nein, ich, 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 ich mag die aber nicht. Stamina-Suche oder so. Die ist jetzt da jetzt immer so stark gekommen, ich denke. Nein. Kommen wir hier hoch? Ja, komm mal. Ein Dilo. Ein Dilo-Suche. Oh, da vorne ist mal was Größeres. Da müssen wir uns dann... Hier rechts Paraceratherium. Oh ja, der Große. Hier am Stein. Da hinten meinst du, ja? Okay. Und ein Frosch, pass auf den Frosch auf. Der kann... Oh, und, und Schlangen, Schlangen. Pass auf den Frosch auf. Den haben wir schon down. Die Boa ist auch... Die Boa ist auch gelb. Noch eine Schlange. Die ist auch weg. Level up. Aber ich muss noch mal kurz hier ausruhen. Vorsicht. Ja, die kriegen wir jetzt gerade angegriffen. Ja, das macht mein Schulterfreund. So ein Dimo ist verdammt praktisch. Also muss ich jetzt mal ehrlich... Ich hab gerade hier... Bei dir? Hat er. Jetzt gerade mal ein bisschen Torpor abbauen. Also das Paraceratherium greife ich jetzt nicht alleine an, ja? Nee, nee, nee. Bloß nicht. Bloß nicht. Muss mal gucken, ob ich hier zufällig gerade ein paar Stimberries kriege. Warte mal. Ich glaube, ich hab noch welche dabei. Pass mal auf. Ja, hier. Ich hab noch sechs Stück. Ich packe die mal in mein Rad vor, ja? Jo. Hol ich mir dann eh mal raus. So, dann holen wir uns mal erstmal hier den Parasaurus. Dann holen wir uns den Parasaurus, ne? Oh, der ist mit dabei. Immer schön von hinten. Immer schön in die Haxen gebissen. Oh, ich hätt gedacht, der kann mehr. Oh. Wieso fliegen die eigentlich immer so? Wow. Touchdown! Oh, nee, Home Run. Stone Run, der ist gegen den Stein gefallen. Habt ihr mir schon auch gemümmelt, oder was? Jo. Das Beste. Ich kann ihn nicht zerlegen. Wenn ich in den Reihen gehe, wird mir kalt. Dann ist er weg. Bei mir ist er dann verschwunden. Ja, bei mir ist... Ist der der Schatten? Ja, das kommt wahrscheinlich vom Fliegen. Aber der Abgang, der ist echt... Der war nicht schlecht. Der war bestimmt im ersten Leben ein Acrobat. Ja, ja, gut. Hier sind noch ein paar Trides. Ja, ich hab mir noch ein D-Log gefunden. Oh. Umschwenken auf Zähmen. Hier vorne ist ein Terranodon. Oder ach. Warte mal. Ich hab hier mal runterkommen. Ich hab hier gerade zwei am. Jo. Wo ist denn der zweite? Der ist weg. Den hab ich schon aufgegeben. Ich hab hier gerade zwei am. Ja, zwei am. Und dann sind wir... Am war... Am war... Am war... Am war... Am war... Am, der zweite auch schon geschickt. Am, der zweite auch schon geschickt. Wir müssen noch ein paar Level kommen. Glaube ich. Ja. Auf dem ist dunkel. Wo seid ihr? Seid ihr auf dem Rückweg, oder? Wir sind zur anderen Seite des Tals. Oh, hier ist ein Kroko. Deadman, kommst du? Das müssen wir erledigen. Jo. Ja, gut, hat sich schon. Sehen würde, wäre das nicht toll. Aber irgendwie... Wo bist du denn jetzt? Bist du unten da, wo du das Strike erledigt hast? Da komm ich jetzt wieder hin, ja? Gut. Geht, treffen wir uns am Strand? Jo. Ja, ich bin schon da. Also, ich bin schon da. Ich war eher da. Geh euch. Willkommen beim ersten Raptor-Rennen. Oh, ne 30er? Hei. Auch keine so große Herausforderung. Also langsam... Was ist denn da unten? Ein Trilo? Du weißt, wenn es dunkel ist, und nur wegen der Aufnahme, meine ich mal, kannst du auf Gamma 3 stellen, ne? Dann siehst du ja nicht mehr. Ach, es geht schon. Es geht schon. Es sieht dann aus wie schön im Mondstarb. So, jetzt ist ein Level abgegeben für den Raptor. Ja, guck, wird doch auch schon wieder Tag hier. Ich glaube, ich bringe mal ein bisschen was weg, wir sehen ja gerade hier in der Base. Ja, mein Raptor ist auch schon wieder halb voll. Fleisch hat er jetzt... Ja, das ist ja noch ordentlich verbrannt. Habt ihr noch irgendwie Material für ein zweites Kämpfer, ne? Müsste, glaube ich, noch im Schrank liegen. Oh, 94 Hei, das hat richtig was gebracht. Ich hab 141 Hei, 4 Keratinen und 15... Ich hab 151. Keratin hab ich auch einen gesammelt. Ja. Und... Da hast du noch ein zweites Kämpfer, ja? 60 Fleisch. Holz haben wir auf jeden Fall. Ich schau mal eben, was wir dafür brauchen. Ich lege hier schon mal... Wo ist das denn jetzt? Gibt sich Fleisch rein? Ach, ich hab das doch gar nicht gelernt. Ja, doch, müssten wir aber alles haben. Stone ist alles hier. Ja, das Kämpfer hatte ich gelernt, ne? Ich glaub, Deadman auch, weil ihr euch da nicht einig wart. Hast du das auch gelernt, Deadman? Ja. Ein bisschen mehr ausdauern. Ja, ja, oder wie? Oder soll ich ganz fertig machen? Ah, ich... Im zweiten Schrank liegen Materialien. Stint und Stone fehlt mir noch. Ja, im zweiten Schrank. Ich hab hier... Ich mach schon... Ich hab hier... Ähm... Ob das und müssen... Ja. Hier. Ja. Gleich zwei machen noch. Ja, sicher... Wenn wir jetzt so effizient farmen gehen, kriegen wir einen Preserving-Bin schneller voll. Ja, weil bevor das Ganze nachher hier verkommt. Ja. Dann können wir die da reinfotten. Ich hab noch 60 Holz dabei. Warte, ich hab hier, ich hab hier. Ja, ich hab schon drin. Für das andere müsstest du was reinfotten. 12 Grad und dem ist kalt, das ist nicht wahr. Hat eine Frostbeule, oder? Gucken wir mal, ob ein Fortitude was bringt da dabei. Ja. Jetzt ist ihm nicht mehr kalt bei 12 Grad. Kann auch glatt mal hier an den Strand gehen. Wo es 10 Grad ist und ihm wieder kalt ist. Ja, ich mach das Rest nicht jetzt. Das bleibt so hier hohe Fleischchen in den Preserving-Bin, ne? Ja. Sollte es sich hier ein bisschen länger halten, oder? Ja. Richtig. Ja, ich weiß jetzt nicht genau welchen Faktor, aber es hält sich auf jeden Fall länger. Ja. Ja. Ja, gut. Was ist denn hier so schwer? Ja. Ach, der kann auch einfach nichts tragen. Das ist das Geheimnis. Bei ihm genauso, also. Also Fleisch haben wir jetzt erstmal ordentlich. Heid könnten wir vielleicht noch ein bisschen gebrauchen. Ähm, diese Trilos, die hier am Strand sind, die sind doch auch sehr effizient, oder? Die haben Chitinen, Öl, Silica Pearls. Können wir ein bisschen hier am Strand lang, Richtung Süden. Ja, andere Rücken, oder? Ja, ja. Richtung Süden. Mal gucken, ob wir welche finden. Deppin, bist du auch da? Äh, ich pack noch ein paar Sachen. Okay, ansonsten mal warten. Ja. 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 Ist hier einer? Nee. Find ich mal ein paar Bäume, auch wenn das mit dem nichts bringt. Das Bäume füllen sich doch nicht draußen, also Holz. Nee, nee, aber man macht sich den Weg frei. Oh. Hier ist eine Höhle. Wo? Hier vorne um die Ecke. Ist eine Höhle. Ja. Seid ihr am Strand? Ja. Ey, krass. Ja, aber ich glaub, Höhlen sind noch ein bisschen heavy, oder? Pfff. Gucken wir einfach mal. Würde ich sagen. Mal reingucken, oder was? Wir haben die Raptoren dabei. Schauen wir einfach mal. Hab euch... Also ich hab grad nen Riesenleck. Ja, das ist bei Höhlen noch normal. Wenn du reingehst, irgendwie wird dann einmal die Höhle geladen. Ah, okay. Und das leckt dann einmal richtig... Okay, jetzt hab ich das leckt. Moment. Ja, ja. Das hat jeder. Das ist normal. Na komm. Da sind wir wieder. Ja. Schauen wir mal. Hier sind Skorpione und sowas auch drin. Irgendwo. Okay, ich bin da. So ne Fackel, dann mach mal die Fackel an. Danke. Wo seid ihr? Wir sind schon ein bisschen reingegangen, aber es kommt nichts. Entschuldigung. Entschuldigung. Hier. Okay, 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 okay. Ja, ich hab keinen... Warum? Ich hab meine ich ne Fackel dabei. Moment. Zu Anfang ist sowieso noch nichts angetiert. Kann ich die Fackel anmachen? Ah, das geht auch normalisch oder wie? Okay, okay, okay. Guck mal, warte mal. Warte mal. Warte mal. Hey, hier ist Kristall. Hier ist Kristall doch nicht. Du kannst, das ist... Warte mal. Pass dir mal kurz auf dich auf. Ich will das mal ausprobieren. Probier es aus, aber ich... Ja, oder? Ja, ich probier es aus. Mach probier aus. Ja, 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 Moment. Ne. Ne, das ist wahrscheinlich nur Deko. Ne, ne, das ist... Nur Deko? Beleuchtungsdeko. Feinerbei. Also hier ist extrem viel Metall. Das haben wir überhaupt gemacht. Ne, das sieht nur so aus. Kein Metall für uns. Ja, voll. Ja, voll. Ja, voll. Ja, voll. Die nächste Folge ist auch schon wieder fast vorbei. Boom. Kann doch nicht sein. Geht schon. Würde ich sagen, stellen wir uns an Anfang, ja, und, äh, verschieben die Höhlen-Expedition auf nächste Folge. Du bist, glaube ich, in falscher Richtung zu laufen kann doch sein. Ne, doch nicht. Ne, ne, hier ist der erste Ausgang. Stellen wir uns hier ab und machen da gleich direkt nächste Folge hinterher. Wie ich sagen. Dann, wenn du die Folge gefallen hast, gebt uns einen Daumen nach oben und wir hoffen euch beim nächsten, bei der nächsten Folge wieder zu sehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Oh, Andy. J увелич einen Daumen nach oben. Vielen Dank.